Rolf und Heike Knittel waren 2007 eine der ersten Familien, die Goodbye Deutschland bei ihrer Auswanderung begleitet hat. Heute schauen wir mal wieder nach dem Rechten. Moin! Ja, kommt rein, wenn ihr es schafft. Aus dem nordfriesischen Norderney wanderten die beiden mit ihren zwei kleinen Kindern nach Südafrika aus. Am Anfang lief, wie bei so vielen Auswanderungen, einiges anders als geplant. Das sind die Knittels heute. Hallo, schön, dich zu sehen. Wir hatten ein Turnier, wo wir einen Stand hatten, wo wir einen Shop hatten und da sind wir jetzt gerade fertig, haben jetzt alles wieder eingepackt und sind jetzt wieder zu Hause. Vor 16 Jahren waren Heike und Rolf noch auf Norderney zu Hause. Die Töchter Sally und Sydney waren gerade mal sechs und fünf Jahre alt und dann beschlossen die Eltern nach Südafrika auszuwandern. Zurück lassen wir Familie und die Freunde. Familie, Freunde, ja im Prinzip unser Leben, also aber so unser jetziges Leben. Und dann haben wir einen